Yo, ihr wisst Bescheid, ihr kennt diese Kameraperspektive, die symbolisiert meine Überlegenheit, die ist richtig Hip-Hop und ich wollte noch ein bisschen was erzählen, was ich auf Tour alles mitnehme, damit ich das nicht bei jedem Tourstopp sagen muss. Also Fans, wenn ihr richtig vorbereitete Streberfans sein wollt, dann lernt das schön auswendig. Wir fangen an mit dem Untape, das ich gerade vorhin erst bei Bandcam reingestellt habe. Das ist von 2007 und Untergrund Sound, man versteht schon alles, aber naja, das ist noch nicht so geil vom Sound her, aber sehr schön. 26 Lieder, das gibt schon einen schönen Einblick in mein Schaffen, gibt es auch zum Schleuderpreis hinausgehauen, ist auch schön gepresst und mit schönem Cover. Aber ich erzähle ein bisschen was zu den einzelnen Liedern, weil es sind sehr viele. Es ist eines der, naja, es ist nicht das erste, das zweite schwäbische Lied, was ich gemacht habe drauf. Es gibt alles Mögliche an völligem Blödsinn. Es gibt sehr lange Lieder, es gibt kurze Lieder, es gibt Lieder mit sehr langen Titeln, wie das bei mir sehr oft der Fall ist. Und ja, ich meine, ihr könnt es euch ja jetzt eh anhören. Tut das mal und überlegt euch, ob euch das wert ist, das zu kaufen, weil es ist schon ganz gut. Gut. Dann T-Shirts natürlich. Ich habe auch noch ein paar Rest-T-Shirts von den alten, die, wenn die weg sind, sind die weg. Ich werde auch jetzt eh nichts mehr verschicken, weil es mich nervt. Es ist viel zu anstrengend, außer bin ich auf Tour. Hier einmal das. Es gibt es noch in grün und in weiß und sogar ein, zwei noch in gelb mit dem Oldschool-Logo. Dann gibt es noch ein ganz paar wenige, weil ich schlauerweise zu viel gemacht hatte, von den letzten Untape-Shirts, die limitierten Shirts. Auch von mir schön entworfen. Das bessere Bild seht ihr bestimmt irgendwie bei Facebook. So in ganzer Kürze wäre das das hier. Das gibt es noch. Da gibt es halt nur noch ganz ein paar. Ich nehme die alle mit. Wenn sie weg sind, sind sie halt weg. Und natürlich, weil die zum Release gehören, Ordnung ist, das halbe Leben, Unordnung, das Ganze, wird es nur die geben. Und wenn sie weg sind, sind sie weg. Und ja, ich bin total relaxed, wie ihr seht. Form ist der relaxte Man. Ich bin der entspannte Man. Form aka Karma Man. Ja, wie ihr seht, ich lege mir ein Bein hoch, weil ich bin so entspannt. Das liegt daran, dass ich die letzten paar Exemplare vom Kornomagazin, das es schon gar nicht mehr gibt. Das wurde auch prompt eingestellt, nachdem ich auf dem Cover war. Die werde ich auch noch schön verschenken. Äh... Dann gibt es noch ein paar Exemplare von unserer letzten Tour, 7 Inch. Antilopengang. Form und Illoyal. Davon gibt es noch ein paar Sachen. Okay, dann gibt es auch noch dieses Buch, was ich geschrieben habe. Es ist ein Büchlein. Es ist ein sehr kleines Buch. Aber ganz schöne Geschichte. Da gibt es noch ein paar Exemplare. Ich habe davon, glaube ich, nur 100 gemacht. Sind auch alle schön nummeriert. Aber da ich jetzt einen Verlag habe, wird es noch eine zweite Auflage geben. Nur, ähm, natürlich, die sieht dann anders aus und ist nicht so handgemacht wie das hier. Dann wird es noch... Ähm, natürlich das Musik-für-Menschen-Album geben. Das, äh, mal sehen, ob das ein Album wird. Musik-für-Menschen ist Musik-für-Menschen eben nicht Rap für Rap-Fans, weil es sich ja nicht immer überschneidet. Und hört euch auch das an. Ich glaube, auch das kann man komplett anhören online bei Bandcamp. Ja, da gibt es auch schöne Videos dazu. Musik-für-Menschen wird auch noch einiges mehr kommen. Aber ich kann ja nicht immer überall sein zur gleichen Zeit. Dann wird es natürlich auch noch die, die Prim-EP geben. Jetzt müssen wir gerade suchen, wo die ist. Hier. Prim-EP die erste. Die zweite kommt auch noch, sobald ich mit der Tour rum bin, kommt die endlich hoffentlich. Sorry, Matter. Das dauert immer sehr lang. Mit schönen Matter-Beats. Hier sind alles meine Beats. Aber die sind auch gut. Äh, ansonsten, ja, natürlich Loop-Station und Shizzle. Kommt einfach mal vorbei zur Tisur. Ihr seht ja auch gleich noch die ganzen Termine. Euer Form. Haller. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.